Was machen Sie denn hier? Nathalie. Rosalie. Was machen Sie da? Gary. Im Wald muss man auf den Wegen bleiben. Sonst stört man die Tür. Warum? Warum? Was ist, wenn Sie es nicht bezahlen können? Was ist, wenn etwas schief geht mit der... Approbation. Das kann ich Ihnen mehr gar nicht sagen. Hören Sie mal, bitte. Ich bin seine Lebensgefährtin. Frau Kallenberg. Herr Dr. Niederwirk. Drehen wir schon? Haben wir schon gedreht? Na ja, war... Ich dachte, wenn ich ganz schnell bin, merkt man es vielleicht nicht. Ich habe ihr nur gesagt. Ho! Wir heiraten in drei Tagen. So schnell? Ja! Stell dir vor, dem Pfarrer ist ein Pärchen abgesprungen. Ist das nicht toll? Zum Standes... Soll ich ansetzen? Er hat ja... ...gehofft, dass es sich geändert hat. Warum laufst du mich an? Das ist ja nicht lustig. Close your eyes, my little darling. Hold on to the things you've got. You know that life can be easy. Ah, ****. Heavy. Not easy. Wie sieht es hier überhaupt aus? Ähm, also, ich habe meinen Text vergessen. Alle fünf Minuten... ...kriege ich das Schließfach hoch! Lass mich aus! Wann ich nicht was noch? Vielleicht hat die Kallenberg sie wieder... ... ihr wieder gedroht. Ich habe ihn getroffen! Ja! Aber irgendwann ist das vorbei. Und dann kann man gar nicht fassen, dass man das überhaupt... Ja, dass man das überhaupt... Was hat man das überhaupt? Gut, es ist... ...wer manipuliert hier wen? Ich bin auf ihrer Seite. Jetzt lass dir nichts erzählen! Er hat doch selber zugegeben, dass er was... ...pfff! Entschuldigung! Was hat er denn gemacht? Dir warst du in den Whisky getan? Ja. Das ist natürlich Wasser! Wo ist mein Handy? Wo ist dein Handy? Oh, bitte! Es tut mir leid, aber es macht mal lustig! Aber wir können ihn wieder lebend. Kas, au給 auf sont irre, wir sehen uns zusammen! & auf будет! und dive rein! Ja! fast hier,